Also Leute, wir haben folgendes geplant, ähm, geplaaannt, haben wir geplant. Was ist das? Was dir so schön, schön, ähm, also falls ihr Left 4 Dead 2 habt und gegen uns im Versus antreten wollt, dann sind wir gerne... Äh, sieht ihr euch mal heilen? Was? Wir haben ja jetzt genug. Warte mal, warte mal. Dann heile ich mich mal. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, das ist Verschwendung. Ja, wir haben doch noch vier rumliegen. Hier hinten liegen noch vier rum, du Vogel. Deswegen, bevor wir die rumliegen lassen, liegt doch irgendwie ein Safer aus, mal vier Stück rum. Was haben wir denn? Ah, ne, das muss nichts passieren. Bam! Ja, motherfucker! Immer schöne, alle gegenseitig abratzen. Oh shit, sind die liegen. Ich hasse Nachkämpfer irgendwie, ne, weil die immer einem in der Schusswand stehen. Musste mit wegkratzen. Scheiße, da ranzst du mit wegkratzen. Scheiße, da ranzst du mit wegkratzen. Oh, da ist... Irgendwie haben wir grad... ... ne... ... oder ausgelöst, würde sein. Motor. Ehm, Charter. Bewegt euch da hin. Boom! Alter! Da ist Boop gemacht! Charter? Was? Wo? Wie? Wo? Wo?! Wo liegt ein Moly? Boah, liegen hier viele da hinten. Da hinten! Da hinten liegt ein Moly. Reloaden! Ach doch, das ist Notfall. Ich versteh nicht, wie man das Spielen nicht oncut spielen kann. Das macht überhaupt keinen Spaß. Doch! Wacht! Mach's auch nicht! Dieses Video ist übrigens FSK 18, für alle, die es noch nicht wussten. BAM! Der ungewöhnliche Schild-Doomord-Zeug. Und Pillen. Ewe. Danke. So, gehen wir jetzt mal hier durch? Jo. Wir warten mal. Irgendwo muss hier Munitions-Depot sein. Hat man doch gerade erst. Der hat auch hier beim Fluglicht. Hm, Shotgun. Splitter. Spitter-Goo. Kamen sie nicht mit der Säure in Berührung? Oh, Tank. Ach nö. Hinter mir, hier ist er, hier ist er. Alpha kommt. Welcher Idiot hat den Molotow beschmissen? Ich? Weil der Tank, wenn der Tank brennt, der läuft langsamer. Noch nicht groß? Doch, da bin ich einmal geflogen. Jockey. Siehst du ihn oder hörst du ihn? Ja, hier irgendwo. Ne, höh ihn nur, aber trotzdem. Missgeboren. Wo bist du noch, bleibst du schon? Scheiße, der hat mich! Was? Schweinerei. Ah, der kommt mit Schrotflint ist auch gut. Ähm, wir sollten uns nicht so verteilen. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm, Mann. Jetzt lockst du sämtliche Zombies im Umkreis. Hm. Halt es drauf. Oh, Alter! Da kommen noch mehr! Die haben wir alle übersehen. Ne, kommen nämlich noch mehr über die Seitengelerse, wo es normalerweise nicht hinkommt. Alle in den Büschel versteckt. Boomokotzer. Oh, ich hab noch einen Boomokotzer. Soll ich mal eine Boomokotze schmeißen? Hehehe, ich liebe das so, wenn die Leichen da so wegfliegen. Meins ist übrigens auch FSK 18. Auch wenn's nicht geschnitten ist. Äh, wenn's um... Wenn's geschnitten ist, so rum. Oh, Medikids! Medikids 2 und Molotov. Ey, nehmt die Boomokotze. Ja, die hab ich gerade gegen Molotov getauscht. Oh, Witch. Scheiße. Mach die Flashlight aus. Hey, kill that life. Wenn die dumm protestiert ist, haben wir jetzt ein Problem. So, halt drauf. Blind? Der ist er. Ah, scheiße. Den Behälter hättest du auch bewahren müssen. Für die Witch? Ja, da hinten ist doch diese eine Retina und da geht der Alarm los. Aua. Boomer. Smoker. Oh, endlich. Die Waffen. Aber... Die Witch ist doch... AK47. Machete! Nimm die Spass. Na Spass. Oh, oh. Wo ist denn die Track Switch? Ach, ne. Da läuft sie. Ich... Ich geh außen rum. Was hältst du mit dir außen rum? Ach, du Scheiße. Ich wollte gerade reinzoomen, lol. Da ist doch schon nur Safe rum. Geh doch rein. Kommt schon. Kommt schon. Das macht die Tür eher zu. Weißt du, der Behälter der größte Assi ist, der hier rum ist. Trause ich auch mal. Der Behälter der größte Assi ist. Warte mal, habt ihr alle Heilung. Heilt euch mal, lieber. Kann mich heilen, ja. Ja. Ach, das ist ja gar kein Safe rum hier. Oh, egal. Okay, laufen, laufen! Wow! Das ist eine schlechte Stelle für den Charger. Nein. Scheiße, jetzt ist doch die Kotze. Boah. Das ist doof. Nicht so dicht, nicht so weit auseinander. Prötiger, du musst mal auf die Leute warten. Ja, ich hatte gerade einen Adrenalin-Kick, also. Warum ging nicht das scheiter Alarm los? Ja, den müssen wir abschalten. Ja, warum geht der eigentlich los? Hab ich das noch nicht verstanden. Weil wir die Tür aufgemacht haben. Ja, ja, ja. DJ, du sollst auch nicht so weit fahren. Container, Container. Ich hab Machete, ey, das geht. Ja, aber nicht für alle anderen. Weil dann haben wir nämlich das Problem, dass hier... Ich hab einen Hunter. Immer auf die Schwarzen, ehrlich. Ja, das ist der Quoten, Neger. Schwarze, meine ich, entschuldigung. Smoker. Sag, wieviel kommen denn da noch? Oh. Ich nenne das G3. Ups, ups, ups. Hat irgendjemand noch einen Molotov oder eine Rohrbombe? Ne, irgendwie nicht. Aber abgeschalten haben wir schon, ja. Was? Boah, lol. Hm? Ping ist schon bissl assi. G3. Oh, geht. Die Ping, hab ich gesagt. Ach, Ping. Ja, die Scheiße. Ne, weil ich die höchste hab. Und weiter, jetzt ist es ruhig. Ich soll mich verarzten. Aber ich warte mal bis ich umgefallen bin, ne? Ja, ein bisschen verarzten. Blup. Blup. Ich nehm Pillen, ich bin drogensüchtig. Der drogensüchtige Schwarze passt doch alles. Warte. Hey, nice. Da. Hau drauf. Nein. Hau drauf. Ach, das ist irgendwie langweilig. Ja, ich glaub wir sind da lang. Ja klar, noch was! Rein da! Hast du gesehen, wie auf einmal angefangen hat zu hetzen? Hier liegt ne Macheter. Hetzt mich nicht. Hier ist ne Macheter. Ach, der meint der Machetenbill. Hetzt mich nicht. Hetzt mich nicht. Schließlich hab ich doppelten Schaden von euch in den Tank zugefügt. Ha, der Molotow hat's gerissen. Der Molotow hat's gerissen. I'm simple the best, dum 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 dum. Hör auf mich zu verarschen. Ich verarsch dich doch gar nicht. Better than all, du Reist. Hehehe. 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 Hehehe.